Ich bin hier im Park aus Tieren, ich bin hier im Dorf und hier da steht sogar ein Kader und bin hier am Auto, und die Kader sagen, Recherche, Kader, Handelkarten, Städte, eine Kader in Bereich 1b, wo eine große Gesangung ist. Wir sind hier im Park-Bereich See, das heißt, ich habe es hier ein paar Kader, Also, ich weiß hier, und du bist nicht am Vorstand. Aber immer in der Lage liegt hier. Ja, eins gegen die Akkord. Du bist vor Kurzem, Akkord. Das ist ein Beispiel. Das ist auch? Nein. Nein. Das ist auch ein Punkt. Ich bin mal für die Raden. Ich bin mal für die Raden. Ich bin mal für die Raden. Ich bin ja. Aber ich bin ja. 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 Schade, dass hier gar keine Ladsäule gibt, so wenig habe ich hier sowieso keine zu gefilmten. Aber ansonsten sehr sehr gute Macht hier Galerie, es gibt sowohl Cash-Card als auch Card-Uni-Automaten und Bereich B, ich denke ich mal auch nur, weiter nur so Cash, aber wir werden da hinten nochmal sehen, genau hier gleich nochmal drüber, um sich sicherzustellen, ob das wirklich auch stimmt. Im Bereich B, Acht-Uni-Automaten auslässig Bargeld, bis auf einen Automaten auf der Ebene 1, jetzt bin ich aber auf der Sopar-Ceminar 1 und hier bereits, sie akzeptieren alle Automaten ausschließlich Card-Uni-Fahrung, zumindest hier im Bereich Aufzug. und dann sind Sie ja auch vorher, in der ersten Zeit. Also draußen sind wir jetzt schon seitdem die Rucksäule, durch die Runde sodium.